ich begrüße euch zu einer neuen folge auf der stappenbach wir sind hier stappenbach sage ich mini brunnen wir sind hier immer noch mit den tieren beschäftigt und die liebe bux und b hat mir gesagt probier mal das andere wasserfass war ja wir hatten ja gestern das problem dass hier ich den trigger nicht gefunden hatte gut wenn das ein reines güllefass ist wundert es mich dass da überhaupt wasser reinkommt ganz ehrlich dann müsste ich hier aber auch irgendwo naja gut es ist voll wir lassen es einfach mal hier stehen weil hier ist ja gülle sonst können wir es auch gleich hier so und jetzt holen wir mal davon das andere fass was ja eigentlich ein milchfass ist aber vielleicht ist dieses milchfass ein wasserfass und das wasserfass ein güllefass so weil sonst gibt es ja keine kleinen fässer das ist ja auch muss immer hier eine runde fahren ich habe einfach den betrag ist einfach groß oh warte 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 wir setzen noch ganz kurz den helfer drauf nein da ist er nicht der war da unten ist ja ich glaube dass der sich hier auch ein bisschen an den gebäuden stört den setzt man noch mal ein dass der hier noch mal weiter grubbert das ist nämlich echt wichtig dass wir hier die felder fertig kriegen also let's go und dann gehen wir zurück zum mb gut und dann probieren wir das mal ist da wasser das alles mich drin ach ja gut warum ist der milch drin ich dachte immer hier ist der milchtrecker oder sind wir da letztens mal dran vorbeigefahren wir probieren es einfach mal ist das ein drehschimmel mich ja vermaledeit weg mit dir dann müsste der milchtrecker aber hier sein oder wieder nicht das ist gülle das ist mist hier wird es ja wohl kaum sein ich habe noch nie so viele probleme mit den triggern gehabt wie hier ganz ehrlich hier das ist doch hier das ist doch der milchtrigger komm her jetzt jetzt stehen wir doch direkt dran das ding ist ausgewählt ach so das zeigt es mir gar nicht an ja dann mach mal ach so das ist ja gut da war der auch kommt war kommt kühe drin jetzt probieren muss da oben und ansonsten was wo können wir die verkaufen das müssen wir schauen dass wir das fast der kriegen als so ah ja okay wir müssen einfach auf er drücken jetzt filmen mal wie viel kommt denn da noch rein tatsache wir haben noch mal okay also wo können wir mich verkaufen weil so wirklich milch 1800 verkaufshäusel verkaufshäusel groß green warte mal da schauen wir erstmal auf der karte ach sieh mal an das ist ja ganz in der nähe okay ja das ist natürlich sehr praktisch bringt auch am meisten 1800 ist schon mal nicht schlecht dann werden wir das jetzt mal verkaufen und wenn das fast leer ist einmal fahren wir noch dann können wir uns ums wasser kümmern so wo ist denn unser verkaufshäusel da da leuchtet es grün okay müssen wir da jetzt wieder direkt so wie soll ich dir jetzt hier verkaufen wo ist denn der trigger hier auch nicht da vorne vielleicht sind wir hierhin auch nicht okay dann müssen wir vielleicht noch mal anders hin fahren echt das auf dem minibrunne ist das echt ein problem mit diesen triggern nein ich meine ich muss das jetzt so völlig realitätsfern machen weil ich kann das ding nicht rückwärts fahren das kriege ich jetzt auf die schnelle nicht hin wops den kurs habe ich noch nicht belegt wenn das jetzt nicht funktioniert dann gehe ich einfach woanders hin und gemein mir ich verkaufen weiste das ist ganz schnell passiert kommst du jetzt mal mit wie ist das da rauszieht habe ich das gesehen so jetzt steht schon halb drin nein okay weißt was also zuckerfabrik sind wir bei der eiermilch 1 ja gut das ist natürlich ein wahnsinns unterschied aber das ist mir jetzt echt schnurz wo ist der supermarkt der ist doch gleich hier unten also wir gehen es zum supermarkt jetzt habe ich die nase voll ich kann ja echt die trigger langsam nicht mehr sehen so oder wir machen nur noch etwas wo wir keine trigger brauchen da nicht wir müssen erstmal ums eck wahrscheinlich beim ledi oder wie heißt der hier glaube ich so rum ums eck ich guck mal gerade auf der karte hier noch nicht hier ist erstmal die tankstelle da vorne geht es rum da nicht das kommt gleich hier unten so müssen wir da unten ja da müssen wir rein und wo da vorne ist die verkaufsstelle frische milch wir bringen die frische milch gute bio milch von glücklichen kühen ich meine wir haben sie zwar nicht gefragt ob sie glücklich sind aber wird schon hallo okay darüber reden wir jetzt nicht das ist jetzt nicht nicht relevant gut holen wir noch die nächste milch dann probieren wir es am häuschen noch mal mit vollgas ja oh gott oh gott oh gott oh gott und das fast hinten des schleuders rum oh gott der ist schön am fahren und der bärchen thema live stream übrigens haben ja ein paar gesagt dass es ganz sehen würden das freut mich natürlich ich denke dass wir dann demnächst auch mal wieder von hier live stream starten mal gucken wenn wir genug zu tun haben können wir das gerne machen ähm okay restliche milch rein damit okay gut dann ist die milch hier leer jetzt habe ich gar nicht aufgepasst wie viel gab es denn da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gut aber nachdem wir jetzt ja oh gott oh gott oh gott äh heute fahre ich wie so ein verrückter gut jetzt probieren wir mal ob es jetzt funktioniert aha okay gut naja gut das glück ist mit den dummen 3300 eh gut dann gab es vorher über vier das ist nicht schlecht dann gehen wir jetzt mal zum wassertrigger ritt so auf füllen sehr schön also für mich sieht das aus wie ein milchfass wenn ich damit jetzt auch wasser machen kann dann hole ich mir ein zweites Weil das ist ja doof, wenn du dann immer abwechselnd musst. Und dass, wenn da Milch drin ist, man nicht ganz kurz fahren kannst. Das ist blöd. Okay, jetzt probieren wir das. Ich bin jetzt echt gespannt, ob es jetzt funktioniert. Wir hatten ja das schon mal geschafft mit dem Trigger. Allerdings war das so, dass wir das Fässchen über die... Okay, wer kriegt jetzt das Wasser? Kühe oder Schafe? Schafe nicht. Okay. Na ja, gut. Nochmal das Ganze. Wir mussten beim letzten Mal das Fässchen über den Zaun hieven. Um an diesen Wassertrigger ranzukommen. Und ich war mir nicht mehr sicher, mit welchem. Gestern haben wir es ja mit dem Roten probiert. Und das ging nicht. Wobei das natürlich jetzt auch schon wieder an dem Schlauch liegen kann. Also... Ich finde, auf der Minibrund geht hier selten was glatt. Was auf der Stappenbach echt funktioniert, ist... Da hapert es hier. Ganz gewaltig. Irgendwie ist das eine echte Chaos-Map. Also nicht die Map, sondern ich und das, was ich hier baue. Die Map kann ja nichts dafür. Ein Chaos-Spielstand. So. Ist besser ausgedrückt. Gut. Aber deswegen freue ich mich auch mal wieder, wenn wir hier in den Livestream gehen. Waren wir wirklich schon lang nicht mehr. Und uns hier auch so ein bisschen Gedanken machen, was können wir verändern? Was können wir noch zusätzlich dazunehmen? Ah, die Bank. Und nein, ich beachte jetzt nicht mehr diesen Trigger. Hä? Wieso ist hier hinten immer noch dieser Wasser? Du kommst jetzt mal mit. Das probieren wir jetzt hier. So, jetzt machen wir es so wie schon mal. Lass, nimm. Äh. Nein. Kann es sein, die Kühe haben? Wasservoll. Kann es sein, dass wir eben von da hinten diese Kühe da drüben mit Wasser befüllt haben? Ich kriege Zustand. Ich kriege echte Zustand langsam. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf diesen Schafstall. Ich habe einfach keine Lust mehr. Oh, da ist ja Wasser drin. Fahren wir nochmal. Es ist irgendwie echt zum Kotzen. Ach, da hinten ist übrigens mein Besen. Den können wir mal, ähm, halt mit Korn für die Kühe verwenden. Ja, meine Hübschen. Ah, das ist ja Futter. Das kann man ja gar nicht wegmachen. So, gucken wir mal. Jetzt hast du es auch wieder sauber. Das stellen wir da hin. So, guck. Schön habt ihr es. Kleine Scheiße. So. Holen wir noch einmal Wasser. Und dann müssen wir eigentlich, was ich schon seit, seit letzter Folge schon machen wollte, füttern. Und irgendwie sind wir nur mit Wasser beschäftigt. Uah, Zaun. Und rüber. Mal auffüllen. Und dann holen wir einfach den Ladewagen und Silo. Und dann müssen wir eigentlich nur durchfahren und Silo abladen. So, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Stopp. Das reicht. Das ist ja sowieso bald voll. Miau. Aua. Scheiße. Da war der Baum. Nein, das ist nicht mein Trigger. Ich lasse mich jetzt nicht verarschen. Das ist mein Trigger. Hoffe ich doch. Oder auch nicht. Ich stehe hier bei den Schafen. Wieso, um Gottes Willen, füllt es hier das Wasser von den Kühen auf. Überlappen die sich hier irgendwie. Doch auch nicht, oder? Es gehört das hier irgendwie zu den Kühen dazu, dieses Ding. Diese. Das kann natürlich sein, dass das noch ein Trigger von den Kühen ist. Das wäre natürlich super blöde. Äh, dann steht der sowieso hier echt deppert. Probieren wir noch mal. Okay, das war's. Also hier. Ja, dann gehört der Trigger hier noch zu den Kühen vor. Jetzt stellen wir den mal wieder vorne hin und holen mal den Ladewagen. Wow. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das ist schon mal gut. Die Schafe müssen mal nicht dursten. So. Okay, aber wo haben wir den... Welchen haben wir denn gehabt? Den da? Nee, das müssen wir anders. Das müssen wir mit dem EV-Truck machen. Wir hatten ja nur den. Dann holen wir jetzt mal ganz kurz den Ladewagen. So. Hä? Okay, wo fahren wir durch? Ist eigentlich Schnurz. Und einmal rüber. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Oh, ja. 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 Oh, ja. Ah, komm mein Beetruck. Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir da drüben erst mal aufmachen. Ihr bleibt schön drin. Da vorne auch. Okay, weil das dürfte hier sein. Uiuiui. So. Äh. Was machst du denn hier? Okay. Wer auch immer. Oh, warte. Ja, ich muss von vorne. Sonst komme ich nicht ums Eck rum. Da muss ich auch nochmal gestalten. Da war ja der ganze Stall verschwunden. Müssen wir auch nochmal neu durchgestalten hier. Ein bisschen schöner machen. So, weg mit euch. Husch, 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 husch. Habe ich jetzt wieder irgendwas? Geh mal weg da. Komm, Schaf. Hau mal ab. Alles angeschlossen. Komm, Trigger. Komm, Trigger. Komm. Warum? Warum? Okay. 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 Ich bin hier mal auf der Suche, aber euch entlasse ich jetzt mal für heute, bevor ich hier noch die Krise kriege. Die brauchen gar keine Mais-Silage. Die brauchen frisch Mais. Okay, wartet mal. Dann gucken wir mal ganz kurz bei den Kühen. Die brauchen Mais-Silage. Schmeißen uns den rein. Und holen denen was anderes. Oh, ja, 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 ja. Oh. So, okay. Das noch und dann machen wir Feier. Ja, ist recht. Ich weiß. Ich weiß, es ist sehr eng. Es ist echt ein bisschen... Es ist echt ein bisschen... Ich muss ganz durch. Muss ich da rein? Ich meine, ich laufe hier... Oder fahre hier die Kühe platt. Das ist euch schon klar. Aber das ist doch eigentlich nur für Stroh. Hä? Ich probiere jetzt mal noch einmal da durch. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich doch noch mal... ...den Lohner vom Stappenbach anrufen. Ob der mir mal ganz kurz hilft. Dass ich da... Ich meine, es ist schon ein bisschen zu lang her. Das ist das Problem. Nein. Oh, Entschuldigung, Kuh. Entschuldigung. Nein. Gut. Also, ich muss mal ein kurzes Telefonat führen. Ihr seid entlassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Dienstag. Wann Livestreams kommen, kann ich noch nicht so ganz sagen. Wir sind hier alle so ein bisschen am Kränkeln. Aber es ist auf jeden Fall geplant. Ihr werdet es dann mit Kriegen aktiviert. Das Glöckchen nochmal neu. Einige, glaube ich, bekommen die Videos auch gar nicht mehr angezeigt. Und die Livestreams auch nicht. Nochmal ausschalten, anschalten. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.